Oh, ja, so stelle ich mir das vor. Äh, so, ich muss jetzt hier irgendwie nur... Was ist das hier? Ein Schwefel... Kalkstein... So, kann ich jetzt hier... Biomasseblätter. Okay, müssen wir einiges in Biomasse jetzt herstellen. Klack. So, und dann... Schmeißen wir die Biomasse rein. Sehr schön, dann läuft das schon mal. Geil. So, dann nehmen wir das Eisenerz hier raus. Dann brauche ich viele Platten. Und wir brauchen Eisenstangen. So, was brauche ich jetzt für diesen Miner nochmal? Beton. Beton ist auch kein Problem. Beton haben wir da unten noch. Also brauche ich bloß den Kalkstein da unten. So, klack. Alles nehmen. So. Also, wir kriegen das schon noch hin. Also, wir kriegen da noch... Wir machen noch was. Errichte meine, um die Ressourcengewinnung voll schlecht zu automatisieren. Füge deiner To-Do-Liste Gebäude über das Baumenü hinzu. Das Stromnetz kann überlastet werden. Verwalte es gut. Äh, ja. Äh, so. Beton. Klack. Meine elf von fünf. Das heißt, wir können zwei bauen. Zwei bauen. Okay, so. Das heißt, wir gehen jetzt erst mal... Machen vor. Wir brauchen mehr Eisenplatten. Logistik. Fördermast. Ach, da brauchen wir auch Beton dafür und Eisenstangen. Okay, das heißt, wir müssen mehr Eisenstangen bauen. So, Eisenplatte. Klack. Und dann brauchen wir mehr Beton noch. So, weil was wir jetzt machen ist... So, ich springe mal ganz frech drüber. Passiert ja nichts. Arbeitssicher und so braucht man nicht. So, und dann müssen wir jetzt halt... Oh Gott, das... Da reichen die Ressourcen eh nicht. Äh, weil... Wir nehmen jetzt diesen da hinten da. Den nehmen wir jetzt mal. So. So. Nehmen, meiner nehmen. Dann. Meiner MK... Ding Dong. So. Dann pflanzen wir den da hin. Ach ja. Ha, der braucht ja Strom auch. Fällt mir gerade ein. Lagercontainer. Das ist ganz gut. Da können wir Sachen einlagern dann. Äh, Wände. Kritische Energie. Wie kann ich denn weiteren Strom bauen? Ah ja, der Strommast ist schon mal voll. Okay, das heißt, ich... Äh, kann ich, pass auf, kann ich folgendes machen. Kann ich hier oben einen Strommast bauen? Dann machen wir folgendes. Äh, da, 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 Stromleitung. Du kommst weg. Dann bauen wir eine Stromleitung von da nach da. Dann eine Stromleitung von hier nach hier. Dann funktioniert das. Jawohl. Äh, und dann... Okay, ich muss sagen, das Spiel hat einen Vorteil. Es ist sehr intuitiv. Und dann bauen wir hier eine Stromleitung nach da. Sehr gut. Dann ist das schon mal fertig. So. Es heißt, uns fehlt jetzt bloß noch das Förderband. Ähm. So. Aha. So. So, geht das? Ja, es geht bedingt. Ich brauche nur mehr Zwischenpunkte. So. Klack. Ich brauche Eisenplatten. Schön. Okay. Also gut. Wir kriegen das schon hin. Ich würde das gar nicht unter mich anschließen, unsere Kupferdingens. Äh. So. Komm her. Klack. So. Holen wir das Eisen raus. Dann stellen wir Eisenplatten hier. Das macht irgendwie voll Spaß. Wobei ich glaube ich nicht gerade den sehr effizientesten Weg gerade, äh, gerade wähle, das zu bauen. Aber, was soll's. Wir sind ja gerade noch in der, in der Lernphase. So, dann. Förderband. So. 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 Zu teuer. Was fehlt denn? Vielen. Ach, es fehlen wieder Eisenplatten. Okay. So. Bauen wir das schon mal so? So. Eisenplatte. Klack, 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 klack. So. So, da kommt schon das ganze Kupfer. Da oben fliegt es sehr gut. So, und da rein. So, auch die Kupferproduktion ist jetzt schon mal automatisiert. Das heißt, von oben fließt jetzt das Kupfer gleich hier runter, was ganz schön viel ist. Finde ich gut. So, dann holen wir das Kupfer hier mal raus. Und jetzt müsste das Kupfer hier gleich reinfließen, richtig? Ah, jetzt. So, da gab es das Kupfer jetzt drin, hervorragend. Das Eisen tun wir hier mal raus. Und dann brauchen wir jetzt, mal ganz kurz gucken, wir haben doch hier irgendwie Logistik, Fundamente, Lagercontainer, 24 Slots, Aufbewahrung großer Mengen an Gegenständen. So, der ist ganz schön groß. So, wenn ich jetzt so ein Fundament baue, ne? Sorgt für einen ebenen Boden, auf dem du deine Fabrik gerechnen kannst. Gebäude oberhalb des Fundaments werden an ein Raster angepasst, um sie leichter aneinander auszurichten. Okay. Das Problem ist, ich würde gerne raus... zoomen. Äh... Ich muss das irgendwie anders machen. Das ist irgendwie Quatsch so. So, okay. So, hervorragend. Dann haben wir das. Und jetzt kann ich hier oben doch bestimmt... Äh... Lagercontainer. Passt der da drauf? Wir brauchen Eisenplatten. Was für eine Überraschung. Äh... Ich bin etwas überfordert. Ich gebe es zu. Eisenplatte. So. Fluppdi-fluppdi-flupp. So, haben wir das. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch Beton, weil ich will noch ein zweites Ding ins bauen. Ich will nämlich den auf Beton dann hinstellen schon mal, weil ich die ganze Fabrik jetzt auf Beton dann packen will. Äh... Und das hier unten müssen wir auch noch dann automatisieren. Die Frage ist, was ist sinnvoller? Die, ähm... Die Fabrik da unten zu bauen? Dass das praktisch unten gleich raus geht und dann in den Lagercontainer dann hier hochtransportiert wird? Oder was macht mehr Sinn? Oder ein Förderband hier hochbauen und hier oben dann zentral die Produktionsstätte zu haben? Ich bin mir nicht sicher. So. Fundamente. Beton-Fundament. Achso, ich müsste... Ja, klar. Ich muss erstmal... Ich muss erstmal Dinge zu herstellen. Beton. Das macht Sinn. So. Wenn wir jetzt genügend Beton haben, nämlich jetzt, dann können wir auch das Fundament weiter ausbauen. Äh... So, ich muss erstmal mit den Tastenkommeln jetzt so ein bisschen klarkommen. So. Das habe ich ganz gut getimed. Das habe ich ganz gut gepackt hier, dass das so hinhaut. So. Dann brauchen wir... Äh... 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 Organisation Lagercontainer. Okay, das Bausystem ist noch ein bisschen komisch irgendwie. Ist der einigermaßen mittig? Nö, gar nicht. Ähm... 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 Ich würde das tatsächlich gerne ein bisschen einrasten eigentlich. Dass ich dann... Dass ich rumlaufen kann. So, jetzt müsste das ganz gut... Jetzt müsste das ganz gut ausschauen. So, der zweite ist jetzt einfach. Und den zweiten bauen wir einfach direkt daneben. Äh... Lagercontainer. Klack. Ach ja, es fehlen Eisenstangen. Ist klar. So. Dann... Eisenstange. Blub, 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 blub. Sehr gut. Und... Braucht er nicht auch Strom? Nee, ne? Der braucht keinen Strom. So. Lagercontainer. Okay, das Bausystem ist echt komisch. Weil ich will das halt irgendwie so symmetrisch haben, dass das halt gut ausschaut. Ähm... Und das ist echt nicht so einfach. So, dann bauen wir jetzt hier ein Förderband. Gefällt mir das so? Ach ja, warum nicht? So. Aber das gefällt mir, glaube ich, nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu schief. So. Klack. So, mal so. So. Hervorragend. Dann haben wir schon mal die, äh, Eisen- und Kupferproduktion. Die läuft schon mal an. Sehr schön. Das heißt, die ist schon mal komplett automatisiert. Und hier kriegen wir die Barren jetzt rein. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage. Wir haben das jetzt so ein Stück weit automatisiert, dass wir das alles kriegen. Das ist kein Problem. Jetzt ist nur die Frage. Wie kann ich denn... So, Ausrüstung, Werkbank. Ermöglicht die manuelle Fertigung einer breiten Palette an verschiedenen Teilen. Konstruktor. Erzeugt aus einem Teil ein anderes Teil. Kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt werden. Die produzierten Teile können automatisch extrahiert werden, indem ein Förderband an den Ausgang angeschlossen wird. So, das Geile ist jetzt dann mit dem Konstruktor. Aber wenn ich das aber richtig verstehe, brauchen wir dann tatsächlich mehr Quellen aus Eisen und sonst was, damit wir das dann ordentlich verteilen können dann. Ich weiß nicht, ob es so irgendwie sowas so eine... Ähm... Ob es so einen Splitter dann noch gibt, dass du sagen kannst, du kriegst hier zum Beispiel, kriegen wir einen Haufen Eisenbarren, ja? Jetzt möchte ich hier zum Beispiel sagen, Eisenbarren raus, aber eine Menge nach links, eine Menge nach rechts. Das wäre ganz geil. Ähm... Biomassebrenner, Objektscanner. Ach cool, den bräuchten wir. Weltraumlift. So, wir brauchen ganz schön viele Platten dafür. Signalisator. Okay. So, damit wir jetzt mal ein bisschen vorankommen. Ähm... Stellen wir ein bisschen Beton her. Wir müssen ein bisschen vorankommen hier. Ähm... Das ist ein sehr großes Fundament. So. Sehr gut, haben wir das. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal... Produktion, einen Konstruktor. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen da verstärkte Platten. Äh... Dafür brauchen wir Platten. Schrauben. Okay, zum Glück haben wir jetzt genügend Eisen hier. Zack. Das geht jetzt relativ... Oder in Anführungsstrichen relativ fix. Äh... So, Eisenplatte. Klack, 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 klack. Dann brauchen wir eine Eisenstange. So, dann können wir Schrauben herstellen. Und dann die verstärkte Eisenplatte. So, und dann... Aber ich drücke mal die falsche Taste. So, Konstruktor. Der ist... Ganz schön groß. So, ich finde das vor allem geil, dass wir damit so ein bisschen das, ähm... Das über das Gras immer so baut. Was gar nicht mal schlecht ist, weil dann kriegen wir dieses hässliche Grün hier weg. Also diese Landschaft, ne? Ist ja auch mega hässlich. Das muss man dazu sagen. Denn so ein komischer Bogen. Da geht die Sonne so ganz komisch auf. Da läuft ein komisches Viech. Ne. So schöne Nebelschwaden hier und alles. Ne, 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 ne. Das ist alles nicht... Nein, nein, nein. Das muss alles... Das muss alles weg. Das muss alles weg. Da müssen hier Rauchschwaden aufsteigen aus Kohlenmonoxid und Stickoxide und verbranntes Plastik. Das muss hier alles... Das ist... Ne. Ne, ne, ne. Die Landschaft hier, das ist einfach... Das ist viel zu hässlich. Das ist viel zu grün. Viel zu viel weiß. Viel zu viele Berge. Ne, ne, ne. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Äh... So, Konstruktor. Der Konstruktor ist da. Ach, das meinten die mit Leinen. So, der ist jetzt aber doppelt so groß. Ist das gerade einigermaßen? Ja, okay. So, Förderband. Klack. Klack. So, dann fließt das Eisen da rein. Das ist schon mal ganz gut. So, ach so. Jetzt können wir das hier automatisieren, das Ganze. Das ist schon mal geil. Dafür brauchen wir jetzt aber Strom. So, Strom ist in der Regel kein Problem. Das Kabel kann ich da nicht durchbauen. Oder ich probiere mal was. Kann ich das Kabel da durchbauen? Ach ja, warum Kabel? Äh... So. Zack und Kabel bauen. Offensichtlich geht das wirklich. Ich kann wirklich von da hinten jetzt... Also, das ganze Kabelmanagement machen wir nochmal neu. Okay, dann ist das hier schon mal automatisiert. So, was brauche ich jetzt eigentlich? Dann stellen wir das nämlich schon mal her. Wir brauchen Eisenstangen und Eisenplatten erst mal. So. Das heißt, wir stellen Eisenplatten her. Lass mich raten, das Stromnetz ist überlastet. Gute Nacht, TLP Tom. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Ah, okay. Okay, die Sicherung knallt. Äh... Ach so, wir haben hier einen zweiten Biomassegenerator, glaube ich. Dann reißen wir die Stromverbindung immer weg. Äh... Nein, geh weg. So, dann brauchen wir Biomasseblätter. Zack. Wir nehmen nämlich einen zweiten Generator hier. So, dann können wir jetzt sagen... Nein. Strom. Von da. Nach da. So, und jetzt müsste das laufen. Oder? Ah, so, jetzt läuft's. Geil. Sehr schön. Haben wir das. Dann brauchen wir jetzt noch einen zweiten Konstruktor. Können wir den bauen? Nein, können wir nicht, weil uns fehlen die verstärkten Platten. Das können wir aber relativ einfach herstellen. Zack. 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 Und... Zack. So. Okay, das müsste so passen. Und dann ein Förderband von hier nach hier. Und dann Strom von da nach da. Geil. So, und jetzt können wir... Nein. E. Und jetzt können wir hier sagen, äh, wir möchten herstellen... Äh... Draht. So. Hervorragend. Das ist doch ganz geil. Hervorragend. So, jetzt können wir das Kupfer unten holen. Äh... Da, 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 äh... Kupfer. Äh, na? Ich kann meinen Namen nicht mehr an. Kalkstein. So. Kalkstein. Klack. Nehmen. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich dann irgendwie, äh, mehr Generatoren oder so bauen kann. Weil natürlich... Ist das etwas lästig, wenn du bloß so bedingt Generatoren... Also ich weiß noch, ob das mit einem HUD-Upgrade dann einfach nur geht. Oder ob du irgendwo auch mal einen Generator hinstellen kannst. So, ich schenke mir irgendwas zu trinken ein. Äh, aber auf jeden Fall ist das prinzipiell, glaube ich, gar nicht mehr schlecht. Also wir kommen, glaube ich, langsam in einen guten Stand. Das heißt, jetzt werden da hinten Kupferkabel hergestellt und, ähm... Hier Eisenstangen. Das heißt, wir können auf jeden Fall das Upgrade relativ schnell machen. Das ist eigentlich ganz geil. Hm. So. Sollen wir nochmal nachschenken mit... äh, mit trinken, weil ich hier gerade mega... Oh, nein, nein, bitte nicht überlaufen, bitte nicht überlaufen, bitte nicht überlaufen, bitte nicht überlaufen. Dankeschön. Ah, sonst habe ich die ganze Sauerei am Schreibtisch. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Wie schaut's hier aus? Die Spulen können wir schon mal nehmen. Und die Eisenstangen können wir nehmen. So. Zum Glück habe ich die Kabel gemacht. Da brauchen wir mal 500 Stück von. Und hier brauchen wir 150 Eisenplatten. Na, das... Hört ja ein Fest. Ja. So. Dann machen wir schon mal Folgendes. Einfach mal was können. Ich glaube, ich muss den da hinterbauen. So. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den Strom hier anschließe, ehrlich gesagt. Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Weil der wird einiges an Strom brauchen. So. Wir könnten... Hier einen Strommast noch hinstellen. Zack. Und dann da hin. Und von da... ...nach da runter. So. Und der schon mal Strom. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Also, es ist noch nicht wirklich effizient hier, ne? Ich möchte das noch mal ganz kurz erwähnen. Äh... Das ist mir durchaus bewusst. Aber es ist ja die erste Fabrik, die wir bauen. Von daher... Was ist hier los? Warum produzierst du denn so wenig? Was ist da los? Ich muss eine Rampe hinbauen, dass ich einfach hochkomme. Ähm... Okay, die Produktion ist ein bisschen arg lahmarschig, finde ich. Das... ...muss deutlich schneller gehen. Das ist viel zu langsam. Das muss effizienter vonstatten gehen hier. So, dann machen wir folgendes. Fundamente. Plack. Klack. 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 So, dann kommt hier... Dann brauchen wir einen Lager... Hallo? Lagercontainer. Kann ich den bauen? Uns fehlen Eisenplatten. Okay, das ist kein Problem. Meinen sagen wir hier, produziere jetzt Eisenplatten. So, weil... Dann können wir den Lagercontainer nämlich hinbauen. Und dann baue ich da unten. Ich würde es hier unten so machen, dass ich da unten eine Raffinerie hinbaue. Dann praktisch das Zeug direkt verarbeitet wird da unten und das verarbeitete Zeug direkt hier hochkommt. Das heißt, wir bauen das hier direkt nahtlos an. Das sollte effizienter sein. Können wir das schon machen, den Schmelzofen? Können wir den bauen? Ja, den können wir bauen. So. Das machen wir dann so. Anpass auf, wir machen folgendes Fundament. So, wir bauen den auf dem Fundament drauf. Einfach, dass wir da später eine schöne Basis bauen können dann. So, Schmelzofen. Passt er hier auf dieses eine Teil drauf? Äh, warte mal, ich brauche... Warte mal, ich brauche hier... Ich brauche ein zweites Fundament. Das ist mir... Äh... So, Kalkstein, den nehmen wir mal. Klack. Bin ich froh, wenn diese Grunddingen schon mal automatisiert ist. Dann, ähm... Geht das schon mal deutlich entspannter. So, Beton. Klack, 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 klack. Wir brauchen jede Menge Beton. Beton! Achtung! Hier kommt ein Beton. So, 23 Eisenplassen. Sehr gut. No Power. Okay. Okay. Da ist die Energie zu Ende. Das ist nicht so gut. Biomasse. Klack. So, kann ich hier eigentlich... Ah, ich kann das so splitten. Okay. Zack. Ach, schmeiß mal alles rein. Was soll's. Da haben wir noch ein bisschen was drin. So, damit die Produktion hier auch weiter geht tatsächlich. Ähm... Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte... Ah, ich liebe solche Spiele. Das heißt, ich weiß immer nie, was ich... Ich vergesse immer so schnell, was ich machen wollte. Das ist schlimm mit meinem... Goldfisch-Gedächtnis. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier... Produktionen. Den Konstrukt... Nenne ich Konstrukte. Wir brauchen Elschmelzoffen. So. Das machen wir so. Das schaut doch gut aus. Und dann hier Förderband. Direkt hier hoch. In die Hölle des Löwen. So, und dann müssen wir da oben jetzt noch einen Container bauen. Ich würde das gar nicht hier hoch fördern. Einfach nur, ich hätte gerne gewisse Sachen zentralisiert. Ähm... Einfach, weil es schöner ausschaut. Das heißt, wir brauchen Organisationen, wir brauchen den Lagercontainer. Den können wir sogar bauen. Sehr gut. Äh, und zwar... Nein, andersrum. So rum. Genau. Jawohl. Den bauen wir hier so hin. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Lagercontainer Und jetzt können wir hoffentlich, wenn alles gut läuft, erstmal ein Stromkabel von hier nach da ziehen Ohne dass alles zusammenbricht Schaut gut aus Und dann bauen wir jetzt hier ein Förderband